Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Create Arma 3, dem Editor-Tutorial. Was heißt Editor-Tutorial? Und hier möchte ich nochmal sagen, weil ich es immer so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass das nicht so klar und deutlich wurde. Ich wurde jetzt angesprochen von den lieben Corvobelicks, dass ich manchmal sehr schnell spreche, dass ich das Ganze manchmal langsamer machen sollte. Und auch hier nochmal, vielen Dank erstmal für euer Feedback, was ich bekomme. Ich habe wieder einiges an Feedback bekommen. Zum einen halt auch unter anderem wegen dem Heint-Befehl. Das war übrigens nicht der Fall, woran es lag, dass wir irgendwas definieren müssen. Nein, wir müssen das anders machen. Ich habe aber recherchiert und das werde ich euch ja natürlich teilen. Außerdem habe ich von den lieben Game Insight natürlich wieder einen Hinweis bekommen und dafür auch vielen Dank. Der ist immer sehr fleißig beim Kommentieren und Machen, auch wenn er nicht gerade performance-schonend orientiert arbeitet. Muss man sagen, ist er sehr fleißig bei meinen Tutorials dabei, beziehungsweise bei meinen Let's Create. Das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Und hier nochmal eine kurze Information. Heute Abend um 18.30 Uhr glaube ich ungefähr, streame ich wieder live die Operation. Reine Routine kommt da quasi. Was ist ohne Operation? Da geht es quasi darum. Da seht ihr mich aus einer Sicht des Polizisten und auch oft ins Heus herumgibt natürlich. Aber quasi eine Community-Mission. Wenn ihr auch zukünftig Bock auf Community-Missionen habt, unten in der Beschreibung ist der Link zu meiner Homepage. Unter der Steam-Gruppe. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen. Außerdem wurde ich auch gefragt, ob ich denn die Mission am Ende mit der Community spiele. Ich habe es schon öfter gesagt. Und ja, natürlich werden wir die gemeinsam spielen. Und da ihr das ja alles schon kennt, ist es für mich natürlich wichtig, dass wir, ja wie sage ich denn, dass wir schauen, dass wir da eine Lösung finden. Und zwar werde ich persönlich da noch ein bisschen was bearbeiten. Ich werde da noch ein bisschen dran rumbearbeiten. Zumindest die Patrouillen vielleicht ein bisschen anders setzen. Vielleicht die Marker, wo die Einheiten spawnen, die wir bald angehen werden, noch etwas versetzen. Dass ihr einfach so ein bisschen Random Faktor drin habt. Und selbst wenn ihr das Let's Create 4, 5 Mal gesehen habt, trotzdem Spaß in der Mission haben könnt. Und im allerschlimmsten Fall gibt es natürlich auch Zeus. Außerdem wurde ich auch gefragt heute. Ich wurde sehr viel gefragt bei den letzten 3 Videos. Da gab es auch viel Stoff letztes Wochenende. Da muss ich jetzt natürlich drauf eingehen. Will ich drauf eingehen? Wie das mit den Zeus-Slots ist. Generell erstmal in den Community-Missionen mache ich immer Zeus oder ein NTF-Mitglied. Das ist nicht, weil ich euch nicht vertraue. Ich bin doch da um euer Verständnis. Das ist einfach aus dem Grund, weil ich so gerne ein bisschen auch die Übersicht und die Kontrolle über die Community-Events habe. Und die habe ich vor allem, wenn ich Leuten das anvertraue, mit denen ich schon lange in der NTF arbeite, wo ich schon lange dran bin. Ja, also da ist es halt so ein bisschen drin. Außerdem hat mir die liebe Hanna Herrmann eine Information gegeben, beziehungsweise hat einige Fragen. Und da war ich mir aufgefallen, was wir uns auch noch anschauen werden, was ich vielleicht noch einbauen werde aus Performance-Gründen. Das werde ich in den nächsten 2-3 Folgen, glaube ich, angehen. Das wird das COS-Script sein. Was das ist, müsst ihr jetzt noch nicht wissen. Hat aber mit Zivilisten zu tun. Das werden wir auch noch nutzen. Und ansonsten, ja, möchte ich mich bei euch bedanken. Ich hoffe, ich bin auf alle Kommentare eingegangen. Es wird sicher der ein oder andere vergessen sein. Und ich bin echt begeistert, was ich für ein Feedback bekomme zu dem Let's Create. Und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Mir macht das extrem viel Spaß, weil ich bei dem Let's Create so ein bisschen merke, die Arbeit mit der Community zahlt sich zum einen aus und zum anderen, ja, ihr seht, ich gehe auf euch ein. Ich arbeite immer ein bisschen danach. Und das ist mir ja auch wichtig bei der Geschichte. Und auch das will ich zukünftig beibehalten. Und auch hier nochmal wurde ich per PN gefragt, ob denn nach dem Let's Create Schluss ist. Nein, nach dem Let's Create fangen wir die nächste Mission an. Dann beginnt quasi Staffel 4. Also keine Sorge, wir haben noch sehr viel vor. Aber auch hier nochmal die Information. Der Channel soll natürlich kein Let's Create Projekt werden, kein Let's Play Projekt werden. Das Let's Create ist ja so ein bisschen daran anähnend, ähm, ja, also da bitte ich natürlich um euer Verständnis, dass das jetzt nicht vier, fünfmal die Woche kommt. Aber ich will es so eins, zweimal die Woche bringen. Das habt ihr, das wisst ihr ja. Mit den armen News schaffe ich das eigentlich auch recht regelmäßig. Und wenn nicht, entschuldige ich mich mit drei Folgen hintereinander. So wie das immer ist. Nein. Also, und zwar möchte ich gerne mit euch heute erstmal das Skript hier durchgehen. Und zwar, wir haben ein Problem, dass der Hint-Buffet so ganz gar nicht konform ist bei der Geschichte. Und zwar müssen wir den nochmal löschen. Wir müssen das Hint-Format nehmen. Das ist eine Ähnlichkeit beim Hint-Buffet. Wir setzen das in diese Anführungsstriche und sagen jetzt, okay, gute Arbeit. Die Daten wurden heruntergeladen. Punkt. Und jetzt können wir dem Prozent 1 das Ganze vergeben. Wenden das Ganze und setzen dahinter noch ein Spiel ab. Und dann passt das so. Setzen wir das mal hier in dem Fall rein. Haben das jetzt so gemacht. Und jetzt setzen wir natürlich, wie wir das immer machen. Ein Player dahinter. Sollten wir das hinzufügen. Habe ich schon mal vorsorglich ein Sleep-Buffet hingemacht. Sollten wir nichts hinzugefügen. Wartet ihr trotzdem im Moment. Ist jetzt nicht so schlimm. Weil es wird generell angezeigt. Und ich bin ja gar nicht dumm. Und zwar müssen wir das gar nicht testen. Nehmen wir immer den Laptop herunterladen. Wir können das ja ganz anders testen. Und zwar können wir uns ja. Ich bin ein Fuchs. Die Debug-Konsole zur Hilfe nutzen. Die haben wir zwar in der NTF auf den Server deaktiviert. Aber hier funktioniert sie. Und hier können wir quasi testen, ob Skripte noch funktionieren. Ob alles klappt. Und das Live. Das Vorteil ist daran, dass wir die Skripte immer wieder ausschüllen können. Auch wenn wir sie speichern live. Das ist quasi. Außer als eine Wildschleife. Also wenn eine Wiederholungsschleife drin ist. Und das Skript dauerhaft läuft, geht das nicht. Aber zum Beispiel, wenn wir ein Skript speichern. Dann kann es dazu kommen. Beziehungsweise da kommt es dazu. Dass das immer wieder automatisch aktiviert wird. Also quasi aktualisiert wird. So rum. Legen wir mal drauf. Gehen auf lokal execute. Ich habe es hier oben schon eingegeben. Skript zum Testen. Und wir sehen. Ja. Gute Arbeit. Die Daten wurden heruntergeladen. Alpha 3.1.1. In Klammern Editor. Hier stehen wir also unseren Spielernamen. Im Multiplayer sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Aber soweit sieht das ganz gut aus. Und wir haben es geschafft. Unser Plan. Beziehungsweise hat funktioniert. Wir haben erst einmal einen Editor hinzugefügt. Beziehungsweise einen Editor hinzugefügt. Ja. Wir haben den Editor neu erstellt. Nein. Wir haben erst einmal das Skript überarbeitet. Das klappt nun perfekt. Und es ist doch ein bisschen runder. Wir können das so on level save. Busy Busy Resource. Unlocked Open Continue. Ich glaube er hatte gerade einen Fehler bei Atom. Aber egal. Jetzt geht es wieder. Hat er dann noch gespeichert. So. Das passt erstmal durchs Lager. Wollten wir jetzt in dem Fall so lassen. Da möchte ich auch gar nicht mehr viel rummachen. Und einen interessanten Hinweis muss ich sagen. Lieber John Weingarten. Ich weiß. Du bist ziemlich Call of Duty getritten. Was Missionen angeht. Aber auch du müsstest langsam bei mir wissen. Dass ich doch performance orientiert arbeite. Und die Idee von den Game Insight war schon prinzipiell nicht schlecht. Außer am Ende das mit den Helikoptern. Wir reden hier von einem kleinen Dschungelcamp. Und auch Gorillatruppen. Da brauchen wir keine Kampfhubschrauber. Weil da kommen keine Panzer. Das sind generell erstmal Gorillatruppen. Das ist vielleicht in einer anderen Mission gut. Und ihr wisst. Ich arbeite ja schon sehr mit Performance. Und ja. Das möchte ich auch beibehalten. Sag ich mal. Und zwar würde ich gerne. Jetzt wo ist es denn? Ja. Verstehst du? Achso. Hier hat gleich eine Information hier. Und ich weiß. Ich werde gefragt. Deswegen möchte ich gleich. Ich werde es auch noch dreimal erwähnen. Wenn wir jetzt einen Spieler hier anklicken. Wo bin ich denn im 2D Bereich? Das wo wird mich? Ja. Ich kann nochmal hier hingehen. Wo bin ich denn? Wo ist mein Spieler? Da. Wenn wir jetzt mal in meinen Spieler reingehen. Sehen wir halt einiges an neuen Button. Das liegt daran. Weil wir das Preset geupdatet haben. Und wir haben jetzt. Das ist nicht standardmäßig dabei. Und auch im Multiplayer ist das so eine Sache. Ob das zu einem oder zu einem Brot funktioniert. Weil wir von Animationen wieder reden. Aber generell eine Information hier. Das ist ein Eden Editor Tutorial. Beziehungsweise ein Eden Editor Add-on. Das heißt Eden Enhanced. Also Enchant. Enhanced. Enhanced. Und damit könnt ihr quasi Eden Editor erweitern. Das ist so das erste große Eden Editor Update. Beziehungsweise Add-on. Was darauf kommt. Da haben wir noch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Bei dem Let's Create werde ich das anlassen. Bei meinen Tutorials werde ich das ausmachen. Bei meinen Tutorials geht es mir natürlich darauf aus. Dass wir nach den Vorgaben des Editors handeln. Und ich will nicht, dass ihr voll erschrocken seid. Was es hier für Button gibt. Und ich sehe schon trotzdem die Kommentare kommen. Weil die Leute wahrscheinlich bis hier nicht gucken werden. Oder mir nicht zuhören werden. Hey, du hast da ja ganz viele mehr Buttons. Ja, genau. Ist ein Add-on. Bitte nicht erschrecken. Ist so. Aber standardmäßig nicht dabei. Cool ist es. Aber ja. Nicht standardmäßig dabei. So. Dann. Überlegs wird es dazu auch eine Vorstellung geben. Zu den Add-on. Ich habe sie geplant im. Lass mich kurz überlegen. Ich muss mich auf meinem Channel gucken. Auf der rechten Seite. Ja. Im Mai, Juni zumindest habe ich das fest geplant. Ich habe ja am Freitag den ersten Map View Test gemacht. Vorschau. Und da soll natürlich auch noch mehr kommen. Und ihr seht, ich bubble schon wieder. Aber ja. Let's Create. Haben wir drauf. Bubbeln kann ich sowieso. Das wisst ihr ja auch. Wenn ich eines drauf habe, ist es Let's Create. So. Und zwar. Hinterhalt haben wir gesagt. Die Frage ist ja. Wir müssen ja uns in die Lage reinversetzen. Wie ich als Teamführer fahren werde. Oder als Gruppenführer. Was ich machen werde wahrscheinlich. Also das heißt. Ich werde uns sowieso wahrscheinlich freiwillig in ein paar Fallen locken. Wahrscheinlich. Damit ihr Spaß habt. Ähm. Ich muss natürlich die Routen absichern. Ne. Ähm. Und zwar. Wenn wir davon ausgehen. Theoretisch sagt. Müssen wir hier. Davon ausgehen. Dass wir hier die Fahrzeuge abstellen. Müssen davon ausgehen. Dass wir sie hier abstellen. Hier abstellen. Oder hier abstellen. Und überall gibt es Möglichkeiten. Wo wir die Fallen einbauen können. Letztendlich funktioniert es aber nur. Dass ein paar Wege. Über die Basis führen. Ja. Also wir haben hier die Möglichkeit. Mehrere Sachen einzubinden. Aber nur eigentlich ein paar Pfade führt zur Basis. Wo wir dann doch vielleicht in einem anderen Detail machen können. Zum Beispiel. Hier. Ja. Nehmen wir mal hier. Wir fahren jetzt hier lang. Zum Beispiel. Und da würde ich gerne. Ich will erstmal nur. Und das werde ich in dem Teil wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ich kann den Trigger 1000x1000 machen. Wie groß ist der denn? Das ist auch glaube ich von dem Addon. So. Ähm. 10x10. Machen wir jetzt erstmal rein. Oder ein bisschen größer kann es schon sein. Äh. Ja. Warte mal. Ja. Nehmen wir mal ein bisschen hier. Komm mal hier so ein bisschen. Äh. Wo ist es denn da? Komm mal hier noch ein bisschen größer. Das passt. So. Das sieht gut aus. Na ein bisschen noch. Machen. So. Wenn wir wirklich drüber fahren. Das wird unsere erste Falle sein. Aktiviert wird das Blue 4. Äh. Das will ich erstmal natürlich. Ähm. Aber. Ich möchte. Warte mal. Aktiviert wird das gar nicht Blue 4. Was bubble ich denn? Aktivieren. Und das ist meine Idee. Die wir dahinter machen werden. Wird genau. Ist ihr bereit? Set Trigger Owner. Und da ist der Punkt. Unser Zivilist sein. Bam. Was für ein krasser Moment. Oder? Das ist ja der Hammer. Ist das ja. Das ist ja der Hammer. So. Den geben wir auch einen Variablen Namen. Trigger. 0.1. Falle. 0.1. Klar und deutlich vergeben wird. Oh. Warte mal. Habe ich jetzt gespeichert? Ja. Hab ich. Super. Dann müssen wir davon ausgehen. Dass wir noch einen zweiten Weg nutzen. Wir könnten ja auch nur hier lang fahren. Also wir müssen das mal hier noch eine Falle einbauen. Jetzt mal darum, dass wir jetzt in dem Part aus mal bestimmen, wo unsere Positionen sind. Und dann könnt ihr auch noch ein bisschen drauf eingehen, ob ihr mit den Positionen einverstanden seid. So. Also heute skripten wir weniger. Wir bauen ja. Wir planen so ein bisschen. Und wir könnten ja eigentlich. Ja. Und dann noch hier so eine Falle einbauen. Das ging bestimmt auch so kurz vor der Basis. Ähm. Das kriegen wir hin. Und ihr seht. Wir müssen natürlich aufpassen. So krass, wie ich das jetzt hier mache. Müssen wir natürlich Munition sparen. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein. Denn auf dem Rückweg wird es auf jeden Fall, ähm, ja, dazu kommen, dass wir, ähm, Spaß haben werden. Ja, genau. Da müssen wir natürlich die Einheit drin haben. Denn nur die soll quasi das Ganze auslösen können. Damit wir es haben. Set Trigger Owner. Das passt. Setzen die Einheit hier rein. Oh, warte mal. Da haben wir sie. Die drei Trigger werden jetzt quasi von denen ausgelöst. Das müssen wir natürlich auch definieren ein bisschen. Ähm. Oh, Laoni ist present. Das passt. Warte mal. Oh, Laoni. Achso, die, die es jetzt aktivieren können. Ja, gut. Das passt. Das mal. Weil die werden wir eh in unser Fahrzeug setzen. Da fährt er sowieso mit. Und sollte theoretisch gesagt, ich wiederhole theoretisch gesagt, eigentlich alles auslösen. Eigentlich. Frage, ob es wirklich gut ist, ist eine andere. Aber ich hoffe einfach, dass es passt. Ähm. Wie gesagt, heute Abend live streamen noch mal kurz die Information hier. Ich mache ja gerne Werbung für mich, ne. Ähm. Ist ja auch mein Let's Create. Da kann ich das machen, ja. Wenn ich schon, ja. Anders mache ich nicht Werbung. Also schon mache ich Werbung, aber nicht so viel. Ja, ich kriege auch irgendwie jetzt in letzter Zeit irgendwie ein bisschen das Gefühl, mehr Sub gegen Sub anfragen. Aber irgendwie, nein. Also, es bringt mir halt auch nichts. Es bringt mir, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich fand, ehrlich, es ist natürlich schön, wenn mehr Abonnenten dazukommen. Ich freue mich da riesig. Ich mache das aber, wie gesagt, als Hobby. Das ist primär mein Ding. Aber es bringt mir doch nichts, wenn mich Leute abonnieren, die meine Videos nicht schauen. Das ist halt voll Blödsinn. Diese Sub gegen Sub halte ich für das eigentlich sinnfreiste Prinzip überhaupt, ja. Das hat schon ein bisschen blöd, ja. Und irgendwer hat letztens bei mir gefragt, hier, oh, nicht, dass ich Ärger kriege. War das der liebe Fabi? Fabi warst du das? Also, ich weiß es gerade gar nicht. Wegen Schleichwerbung. Ich mag natürlich keine Schleichwerbung auf meinem Channel. Das gibt es immer mal. In gewissem Rahmen ist das auch okay, ja. So ein bisschen, weil ich sage immer so, wie YouTube, wir müssen uns ja unterstützen, ne. Ja, wir sind ja ein Hobby und so. Und, ähm, ja, es gibt Menschen, die unterstütze ich sehr gerne. Zum Beispiel den lieben Glock, den erwähne ich oft in meinen Videos. Oder auch den lieben Smart Tactics. Zwei super korrekte Menschen, die Arma-Sachen ebenfalls produzieren. In der Smart Tactics vor allen Dingen viele Sachen auch in der taktischen Szene. Also Glock auch, der spielt im taktischen Clan. Aber der macht auch andere Spiele, die Taktik haben. Also auch so ein bisschen, nicht nur Arma-Let's-Player. Hauptsache Taktik, das ist der wichtige Punkt. Und das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und ich helfe gerne Leuten. Und wenn die Leute natürlich auch in meinen Kommentaren erwähnt werden, bin ich der Letzte, der sagt, alter, nein, bitte nicht. Ähm, und außerdem kriege ich immer mehr Anfragen. Das ist voll die Quassel-Folge. Ich sollte das jetzt quasseln, denn. Ähm, aber es ist wirklich viel passiert in den letzten Wochen. Das ist erstaunlich. Ähm, ob ich denn Lust hätte, bei altes Live-Projekten mitzubehören. Nun, jetzt gleich mal hier vorweg. Ich bin kein altes Live-Spieler, das muss man gleich dazu sagen. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist natürlich, ich bewege mich schon wieder so viel zu viel, es tut mir leid. Lieber Money Road Gaming. Das ist nicht mit Absicht, das ist Reflex. Ähm, ja. Sind wir mal ganz ehrlich. Es ist halt, ich, nicht meine Welt. Ich spiele es, ich wollte es vielleicht irgendwann mal spielen. Vielleicht auch zwei, drei Folgen hier veröffentlichen. Altes Live gehört zur Arma-Szene. Das ist richtig. Das ist auch für mich kein Problem. Aber ich finde auch gar nicht primär die Zeit, irgendwie noch ein Projekt zu leiten. Ich habe damals in der Art of the Task Force gegründet, äh, was heute nicht mehr viele wissen. Ähm, aber ich habe das Ganze abgegeben, weil ich mehr Ruhe haben wollte. Weil ich mehr vor meinem Leben haben wollte. Also quasi meiner Freundin, etc. pp. Und das bedeutet für mich natürlich auch so ein bisschen, dass ich keine neuen Projekte annehme, weil es für mich keinen Sinn machen würde. Weil ich komme dann genau aus dem Punkt, wo ich eigentlich nicht hinkommen will, dass ich mir noch mehr Pflichten aufbühre. Ähm, ich gebe gerne Tipps, ich gebe Ratschläge, ich höre mir auch sehr gerne Konzepte an. Wenn mir ein Konzept besonders gefällt, ähm, auch sehr gerne in der Arma News oder so. Wenn jemand von den eigenen Mods produziert und so, da bin ich der Letzte, der Neh sagt. Das solltet ihr auch wissen, da bin ich sehr tolerant. Ähm, aber selbst bei Projekten mitwirken, das schaffe ich nicht. Und da bin ich auch um euer Verständnis natürlich, sollte jemand von den netten Leuten das gemacht haben. Ich habe ja alles nett abgesagt, ähm, bitte habt Verständnis und es tut mir leid. Und das packe ich zeitlich einfach nicht. Ja, ähm, witzig ist, irgendwer hat gesagt, ja, das war eine Spam-Meldung. Ich habe damals von meinem Let's Create, ähm, irgendeinen Hater-Kommentar bekommen. Das war gar nicht so alt, zwei Wochen oder so. Ähm, ich habe mir aber gelöscht damals, wie ich denn blöd sei, dass ich noch über den 2D-Editor arbeite. Ja, das Let's Create ist halt von damals sehr alt und nicht sehr ausführlich. Beziehungsweise, ich habe es nie vollendet geführt. Ihr kennt meine alten Let's Create vielleicht noch. Äh, ich finde es immer traurig, wenn die Leute einfach nicht sehen, wann das Datum war. Und wenn die nicht mal Einglick in den Channel machen, das finde ich ein bisschen traurig. Weil ich aber so sehe, dass die Leute eigentlich gar keinen Bock haben zu recherchieren, ja. Dass sie einfach gar keine Lust haben, zwei Minuten ihres Lebens zu investieren, um was zu suchen. Ähm, ja. Das ist halt einfach so ein Punkt, ja. So, aber, jetzt haben wir Sagen und Schreiben sauf viele Sachen geschafft. Trigger verbunden, das Skript bohoben, nicht viel. Tadoo-Hinterhalt würde ich hier gerne lassen. Ähm, ich würde hier keinen Hinterhalt machen. Ich würde das Ganze hier ein bisschen ruhiger angehen lassen. Dass die Gruppe sich auch neu formieren kann. Dass die, ähm, dass der Zibi eingeladen werden kann. Und so etwas möchte ich gerne machen. Das würde ich also weg machen. Die To-Do-List würde ich hier nicht mehr machen. Den Wegpunkt optimieren. Lasse ich nochmal stehen. So richtig dringend sehe ich da aber auch keine Bedürfnis drin. Ähm, weil es zum Spielprinzip erstmal nicht so viel kommt. Dann werden wir in der nächsten Folge, denke ich, die Hinterhalte angehen. Das wird ein Punkt sein. Dazu auch schon mal, wen das interessiert, wie das Ganze geht. Habe ich ein Tutorial gemacht? Wer hätte es gedacht? Ähm, Trigger-Einheiten per Trigger-Spawn. Link ist dazu hoffentlich zu 99%. Unten in der Beschreibung. Wenn nicht, flamet mich, beleidigt mich. Dass ich es vergessen habe, dann setze ich es noch ein natürlich. Ähm, da habe ich ein Tutorial gemacht, wie ihr Trigger per, also Einheiten per Trigger spawnen könnt. Sehr informativ. Etwas komplexer müsst ihr euch wahrscheinlich zwei, dreimal ansehen. Ähm, ja. Aber das passiert halt, ne. Ähm, ich werde auch immer wieder ganz viele, Entschuldigung, dass ich heute die Folge so viel rede. Ähm, ganz viele Sachen gefragt wegen Wunsch-Tutorials. Ich arbeite an Wunsch-Tutorials. Ich arbeite viel dran. Ähm, das habe ich letztens auf meiner Homepage geschrieben. Aber ich schaffe es natürlich nicht immer wirklich zeitnah. Manche Tutorials lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit, weil ich auch die Prioritäten nicht so krass darin sehe. Ich habe so viele Ideen im Kopf, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Aber mir fehlt einfach die Zeit, ja. Weil das beste Beispiel ist heute. Am Sonntag kommt das Let's Create. Wir haben es jetzt 22.21 Uhr. Und ich habe das Ding noch nicht mal aufgenommen, ja. Ähm, momentan ist es ein bisschen stressig und trotzdem versuche ich eine einigermaßen gute Video-Frequenz zu halten. Mit der ursprünglichen Qualität, die ihr kennt. Bisher gelingt es mir. Aber auch das kann mal einbrechen. So. Also, Hinterhalt würde ich gerne. Das passt hier. Das sehen wir ja an den Trigger, wo wir das wollen. Ich denke, alle guten Dinge sind drei. Drei Hinterhalte reichen, sollten reichen. Ähm. Ich überlege. Nein. Äh. Achso, die Module wollen wir auch angehen. Denn wir haben jetzt geupdatet. Das werden wir heute noch machen, glaube ich. Werden wir es heute noch machen? Ja, haben noch ein bisschen Zeit. Ähm. Also zumindest die ersten Pause-Module. Die löschen wir noch mal. Die löschen wir auch noch mal. Wir haben ein Update gemacht. Das heißt, wir müssen noch mal alles neu platzieren. Da ich ja ausführlich bin und das sorgfältig mache. Fangen wir hier erst mal an. Fangen wir erst mal von oben nach unten an. Wir fangen heute mit den... Und oben nach unten. Wir fangen erst mal unten an. Ähm. Das will ich jetzt als erstes Platz hier, weil ich das wichtigste Modul sehe. Da hat sich nicht wirklich viel geändert. Admin Locked lässt das Ganze. Inoffizielle Out-Ons möchte ich mitzulassen. So. Admins können also als Zeus agieren hier. Ähm. Das passt. Das brauche ich nicht. Dann brauche ich Task Force Radio. Da würde ich gerne sagen, ist Disable, dass die kein Radio kriegen. Dann das Passwort brauchen wir auch nicht. Das passt. Enabled möchte ich es haben. So. Ich habe das normal Ding wieder ein. Die Grünstriche nerven mich nämlich etwas. Ähm. So. Äh. Ja. Ace Medical würde ich heute gerne noch fertig definieren. Ähm. AdWords lassen wir natürlich raus. Dann gehen wir hier erst mal dran. Allow Any... Elbe in die Frieden möchte ich, dass jeder das kann. Any Rare soll auch können. Aber nur der Sunny hat ja bei uns eben in die Frieden drin. Deswegen kann es eh nur der Sunny im Endeffekt ausführen. So. Mace Medical. Mace Medical Menü möchte ich aktivieren, dass man die Möglichkeit hat, es zu nutzen. Ähm. Revive Setting möchte ich auch sagen. Sagen wir mal, wie viel hatten wir gemacht? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, es war 900 Sekunden. Ich glaube, es war 900 Sekunden. Ähm. Müssen natürlich auch hier Player Only reinsetzen. Sonst gibt es das natürlich nicht. Und dann Medical Settings kommen natürlich auch noch rein. Ein bisschen mehr. Basic Disable Medics lassen wir. Disable Enable Letter. Dann machen wir bei Letters, machen wir Minus 1 für Forever. Schau mal. Snell Screams. Ja. Blair Damage möchte ich etwas Community Mission hochsetzen, dass man nicht ganz so schnell umfällt. den Spieler Damage von den Feinden etwas runter setzen. Ähm. Einfach falls. Ja. Es wird wahrscheinlich ein neues Update bis dahin schon geben, dass da nichts rumbackt. So. Unansprechbarkeit von KI möchte ich deaktivieren. Also die soll quasi tot sein. Private Incidents möchte, also wir müssen den Insta-Dev verhindern. Sing-Status soll auch sein. Das passt erst mal. Revive Setting nehmen wir natürlich auch noch rein. Habe ich das schon gemacht? Habe ich das schon gemacht. Seht ihr, das ist natürlich, wenn man nicht von oben nach unten arbeitet, ne? Ganz natürlich doof. Dann haben wir nämlich die Ace-Matic-E, das passt, passt, passt. Die platzieren wir ein Stück weiter rechts. Die platzieren wir so ein bisschen, die Off-Topic-Module. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei den Ace-Modulen gleich angelandet. Ähm. Ja, aber da möchte ich jetzt eigentlich erst mal warten, weil ich mir da mit den Einstellungen noch gar nicht sicher bin. Ich bin noch ein bisschen da. Das ist auch meine Frage an euch so ein bisschen. Wollt ihr es eher schwer haben? Ja, das machen wir jetzt so ein bisschen. Wollt ihr es auch ein bisschen schwerer haben, das Ganze? Oder wollt ihr es eher einfach haben? Oder soll es schon eine Herausforderung sein? Wenn es eine Herausforderung sein soll, kann ich das Ganze natürlich noch umstellen, beziehungsweise dann mache ich das darauf. Dazu mal vielleicht in der Beschreibung, in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr es ungefähr haben wollt, dass ich da ein ungefähres Feedback habe und womit ich dann arbeiten kann. Das ist auch das, was ich sagen wollte. Ich möchte mich erst mal entschuldigen dafür, dass es heute sehr, sehr viel zum Morgen war. Aber es gab auch so viel, ja? Es ist erstaunlich. Die wenigsten schauen wirklich auf meine Facebook-Seite vorbei, Twitter-Seite, Homepage-Seite. Also ich schreibe eigentlich so viele News oder gebe so viele Informationen raus, aber eigentlich nutzt es die wenigsten, dass ich es im Video natürlich auch nochmal erwähnen will, auch muss, damit wirklich alle, hoffentlich alle, auch da werden es nicht alle reichen, wissen, was aktuell statt der Lage über mich ist. Und das Let's Create ist ja, wisst ihr, ganz gut geeignet. Und mit diesen Worten möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, ihr hattet euch trotzdem ein bisschen Spaß. Habt vielleicht eine Kleinigkeit gelernt, wenn auch nicht viel. Doch, mit dem Heitbefehl, da habt ihr immer heute schlauer geworden. Ansonsten schauen wir uns in der nächsten Folge dann den Hinterhalt an, schauen uns die Ace-Module an. Wie gesagt, Link zu dem Tutorial des Hinterhalts, also zu den Trigger erstellen, ist in der Beschreibung und wahrscheinlich auch in der, ähm, in der, wie heißt das, Infokarte von YouTube eingeblendet. Und mit diesen Worten bedanke ich mich nochmal. Ich wünsche euch das Beste. Denkt daran, Leute, ihr seid die Besten, kein anderer. Und ich hoffe, ihr habt morgen einen guten Wochenstatt. Und vielleicht sehen wir uns heute Abend beim Stream. Denkt dran, einschalten. Bis dann, euer Martin. Tschüss.